Südwestlich des Stadtzentrums von Wien, im 12. Gemeindebezirk, befindet sich der mittlerweile größte und erfolgreichste Office-Park der Hauptstadt. Das Europlaza bietet mit seiner perfekten Lage ein ideales Umfeld für Business auf höchstem Niveau. Es liegt genau gegenüber der U6-Station Philadelphia-Brücke, südlich der Wiener Bergstraße. Somit ist der Office-Park einfach und schnell zu erreichen. Schnellbahn, regionale und internationale Bahnlinien sowie sieben Buslinien halten in der Nähe bzw. direkt vor dem Areal. Mit der U-Bahn, als auch mit dem Auto, erreicht man das Stadtzentrum in gerade mal 15 Minuten. Die Anschlussstellen an die Autobahn A1, A2 und S1 befinden sich in unmittelbarer Nähe. Das Europlaza umfasst mehr als 212.000 Quadratmeter Büro- und Gewerbefläche. Neben Tiefgaragen steht Mietern und Besuchern das dreigeschossige Europlaza Parktec mit fast 400 PKW-Stellplätzen zur Verfügung. Das Erholungs- und Freizeitgebiet Wiener Berg befindet sich in direkter Umgebung. Der Standort zählt zu den ersten Adressen für Unternehmensansiedlungen in Wien. Dadurch entwickelte sich das Europlaza in den letzten Jahren sehr rasant zu einem Anziehungspunkt für modernste Büronutzungen. Infrastruktureinrichtungen wie Restaurants mit eigenem Raucherbereich, ein optimal ausgestattetes Conference Center, Post-Service und Fachgeschäfte erleichtern den Arbeitsalltag für Mieter und Besucher. Die Mieter im Office-Park profitieren von Leistungen wie einem umfassenden Facility-Management, einem Front-Desk-Service sowie Catering- und Umzugsservice. Die Hausverwaltung mit dem zentralen Office-Park-Management betreut alle Mieter und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an. Es gibt eine Sicherheitszentrale, die 7 Tage 24 Stunden besetzt ist. Zusätzlich einen Wachdienst, der die ganze Nacht vor Ort ist. Die Errichtung des Europlaza erfolgt in mehreren Bauphasen. Bauphasen 1 bis 4 wurden zwischen 2002 und 2008 fertiggestellt. 2014 wird Bauphase 5 beendet. Die optimale Lage, ein umfangreiches Serviceangebot, ein schönes Ambiente und modernste Ausstattung machen das Europlaza zum idealen Bürostandort. 2021 wird Bauhaus zentralen. Untertitelung des ZDF, 2020